An der Grenze zwischen Israel und dem Gaza-Streifen ist es am Freitag erneut zu schweren Unruhen gekommen. Tausende Palästinenser folgten einem Aufruf der radikal-islamischen Hamas, im Grenzgebiet zu demonstrieren. Gewalttäter warfen Steine und Brandsätze in Richtung der israelischen Soldaten. Die antworteten mit Tränengas, aber auch mit scharfer Munition. Ein Team von Focus Jerusalem war vor Ort. Es ist der dritte Freitag in Folge, dass es hier an der Grenze zum Gaza-Streifen zu gewalttätigen Protesten kommt. Hinter uns mischt sich der Rauch der brennenden Autoreifen in Gaza mit dem Tränengas, das die israelische Armee hier einsetzt, um den Grenzzaun zu schützen. Die Hamas bringt Zehntausende von Demonstranten hierher, ohne Rücksicht auf deren Leben. Es geht darum, den Grenzzaun zu durchbrechen. Israel hat das Recht, seine Grenze zu schützen. Und das wird die internationale Gemeinschaft auch anerkennen müssen.